Es ist Mittwoch, was sehe ich an? Eine schöne Hose von Hannes Röther aus einer Top-Qualität. Der Verschluss geht über Kordel oder klassisch über einen Gürtel. Dazu trage ich einen Halbschuh von Schutto, komplett in Leder und handgemacht. Ein schönes Leinenhemd von Hannes Röther, schöne Überlänge in den Armen, nicht komplett durchgeknöpft. Piece of Art, Timepiece Rolex mit passendem braunen Lederarmband. Passend dazu, nicht nur farblich, von Äußersdorf Opoponax. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Als Abschluss ebenfalls von Hannes Röther, eine Hemdjacke, also komplett in drei Farben von Hannes Röther. Und das sehe ich heute an. Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's!